Das Recruiting-Mindset. Willkommen zu einer neuen Folge mit deinen Gastgebern Thorsten Plöser und Florian Grossart. In diesem Podcast dreht sich alles darum, wie ihr nachhaltig und erfolgreich eure Mitarbeiter aufbauen könnt. Wir teilen Karrieregeschichten und Insider-Tipps von echten Experten, um euch zu inspirieren und euch wertvolle Einblicke in die Welt des Recruitings zu geben. Macht euch bereit für jede Menge neues Wissen und Inspiration. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Das Recruiting-Mindset. Flo, live aus Frankfurt erneut mit einem weiteren Wiederholungstäter, jemanden, den wir schon hier hatten, wo offline schon, also offline, per Zoom, nicht offline, per Zoom schon sehr, sehr viel Resonanz kam. Haben wir gedacht, komm, den holen wir direkt nochmal rein und hören uns an, was er noch zu sagen hat. Ja, Max, was soll ich sagen, also wir tauschen uns ja viel aus und dann haben wir natürlich gesagt, alles klar, weil wir ja sowieso so eine kurzen Folgen machen, heute ja auch wieder, müssen wir natürlich Gas geben. Deswegen kann man natürlich locker-flockig den einen oder anderen öfter einladen. Deswegen geil, dass du wieder gekommen bist, aber ich glaube, das ist doch in Ordnung, oder? Ja. Haben wir einen draufgesetzt zum letzten Mal. Wie gesagt, für die Einladung. Das ist echt cool. Max, trotzdem, der ein oder andere wird dich ja nicht kennen. Hol doch mal ganz kurz die Leute ab, weil, also ich sag mal vorneweg, du bist schon eine Vertriebsmaschine. Ich hab das jetzt auch hier gerade gesehen, bevor die Aufnahme gestartet ist. Ja, du tigerst hier rum, Telefon dort, was. Gefällt mir ja, ich bin da genauso aufgeregt. Also hol doch mal die Jungs und Mädels ab, oder? Wir müssen eigentlich dankbar sein, dass er eine kurze Pause für uns macht im Verkauf, dass er kurz eine Folge mit uns aufnimmt, weil dann geht's weiter. Da spürst du schon vibrieren, also da ruft schon der Nächste an. Max, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Max Wohlfahrt, bin jetzt seit sieben Jahren selbstständig im Vertrieb unterwegs. Vorher waren es mal Friseurschein, jetzt ist es Luft- und Raumreinigung, also Hüla, sagt ja den ein oder anderen mittlerweile was. Ja, soviel zu mir, 31 Jahre alt, verheiratet, glücklich verheiratet, Katzenpapa. Ja, lange Strandspaziergänge, Sonnenuntergänge, so ist er halt. Kat. Raus. Max, siebeneinhalb Jahre Vertrieb, lass uns einfach mal direkt auch einsteigen. Oder wir haben dich ja so ein bisschen abgeholt. Ich glaube, hier schauen jetzt Leute zu, komplett aus jeder Branche, was Vertrieb betrifft, aber auch Leute, die nichts erst mal vorneweg mit Vertrieb zu tun haben. Wir wissen ja alle hier drei, oder ihr wisst es auch, das ganze Leben ist Verkauf und Vertrieb ein Stück weit. Aber hol doch mal so ein bisschen die Leute ab in den siebeneinhalb Jahren. Was sagst du, was waren so die zwei, drei Kernpunkte, die dich natürlich jetzt auch dorthin befördert haben, wo du jetzt bist, weil du bist sehr, sehr erfolgreich bei Hüla. Kernpunkt Nummer eins würde ich sagen, weil definitiv wissen, was du willst und auch wissen, was du nicht willst. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich, also mir war klar, ich will nie wieder in den alten Job zurück. Und da war die Bereitschaft halt auch da, die nach wie vor auch da ist. Einfach die Dinge zu tun, die getan werden müssen, ohne die zu hinterfragen, großartig. Letztendlich hatten wir ja schon mal zwei, drei Steps in die nötigsten. Alles andere ist meiner Meinung nach Ablenkung. Und je nachdem, wie viel Ablenkung du halt die Bereitschaft zur Ablenkung hast, so schwieriger wird es. Und das war halt so mein Ding, dass ich halt einfach geguckt habe, hey, welche zwei, drei möglichen Steps, auf welche konzentriere ich mich und die ziehe ich dann durch. Also Vertrieb ist ja nichts anderes, wie Kontakte irgendwo herziehen, die zu terminieren und dann auch den Termin stattfinden zu lassen, beziehungsweise zu verkaufen oder zu beraten. Und das habe ich mit der Friseurbranche ja genauso gehabt. Also ich hatte da null Vorkenntnisse in irgendeine Richtung. Wahnsinn. Es war einfach kalt rein, weil ich wusste, ich will nie wieder eine Dreischicht. Und lieber fahre ich da mal eine Stunde nach München und verkaufe mal nichts, als dass ich sage, okay, heute wieder Nachtschicht. Das war halt so. Das ist ein Hauptpunkt, wo ich sage, das ist das Wichtigste, mal zu wissen, was... Ich muss kurz einhaken, das ist, glaube ich, interessant auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was heißt denn alter Job? Also ich höre jetzt gerade raus, Schichtsystem, du warst irgendwo angestellt und dann der Step in die Selbstständigkeit, weil ich weiß, dass dort viele zuschauen, sage ich mal, die vielleicht auch angestellt sind, die vielleicht auch so ein bisschen liebäugeln, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Also wie war dann das so? Ja, ich war in der Dreischicht in der Druckerei, habe jede Woche eine andere Arbeitszeit gehabt und wie es war, also ich konnte es mir nicht vorstellen, die nächsten 40 Jahre weiterhin so zu machen. Also der Preis, den ich zu zahlen hätte, wenn ich so weitermache, der war mir einfach viel zu hoch. Da war meine Bereitschaft höher zu sagen, okay, ich lerne jetzt mal drei, vier Jahre mal ein paar andere Skills, mache Erfahrungen in anderen Bereichen und dann funktioniert das schon irgendwie, weil ich mir halt vertraut habe in dem Ganzen. Ja, ich mag die Einfachheit, die du bei uns immer reinbringst. Das ist ja immer die Kunst, Vertrieb ist ja nichts anderes als ein paar Kontakte zu machen und denen was zu verkaufen. Weißt du, so dieses, es ist ja genau so, dieses Simplify Your Life und du merkst es ja immer, wenn du beim Sport, wenn Messi am Ball ist, Ronaldo am Ball, das sieht so easy aus, durch fünf Weltklasse Leute durchzulaufen, so tschak, tschak, tschak und weg. Nein, ist es nicht. Und so ist es bei dir auch. Und Flo hat ja gesagt, du bist sehr, sehr erfolgreich bei Hühler. Das sehe ich auch so und wir kriegen es ja auch alle mit. Also wer ihm nicht folgt, wenn wir auch hier mal das Profil verlinken, folgt dem. Es lohnt sich, da mal zuzuschauen. Er hat auch, eigentlich sollten wir das ja nicht machen, aber er hat auch einen eigenen Podcast, der ist auch fast so gut wie unser Podcast, das muss ich jetzt sagen. Das ist der zweitbeste. Das ist der zweitbeste, habe ich mit Philipp gesagt tatsächlich. Das ist der zweitbeste Podcast, den sollt ihr euch auch mal reinziehen. Das ist tatsächlich ein cooles Learning, was ihr da mitnehmen könnt. Also wie gesagt, ich bewundere wirklich deine Einfachheit, die du da reinbringst, so leichtfüßig das alles aussehen zu lassen und einfach zu machen. Ich habe mir da halt vertraut. Das kommt da so nebenbei in irgendeiner Bescheidenheit, die ich nicht kenne, weißt du, und trifft es auf den Punkt. Also wirklich mega. Ja, ich denke, was da gut anzusetzen ist, ist auch mal a, in den Flow zu kommen und b, auch mal darin zu bleiben. Weil ich habe halt einfach alles andere ausgegrenzt. Das heißt, ich habe gesagt, okay, was muss ich jetzt tun, dass ich das nächste halbe Jahr diese Steps mache, dass es dann im Nachgang halt in die Richtung mal geht, wo ich es auch haben will. Und somit hatte ich halt einfach keinen, ich gehe jeden Samstag saufen, Freitag vielleicht auch noch, manche fangen ja am Donnerstag schon an. Das gab es bei mir nicht, das gibt es bei mir jetzt. Manche saufen auch die ganze Woche übrigens. Manche machen es unter der Woche schon und sagen, irgendwie läuft das bei mir nicht, das Produkt ist schuld. Dementsprechend, ich habe halt einfach keine, oder ich hatte ja auch meine Ablenkung, aber halt so. Im Vergleich zu, was tue ich dafür, dass es funktioniert, war halt Promillanteil. Ja, und das ist halt, finde ich, bei vielen eher umgekehrt. Und danach heißt es, ja, ich glaube, ich bin dafür nicht gemacht. Nee, du hast dafür nichts gemacht. Das ist ja so meine Sichtweise meistens. Wow. Ja, definitiv. Aber da will ich mal ganz kurz einhaken. Hat das nicht mit Fokus zu tun, einfach diesen absoluten Fokus zu haben? Ja. Und das über eine gewisse Zeit? Ja. Fokus, wichtig. Und gleichzeitig halt auch den Fokus nicht abbringen lassen. So keine Ablenkung. Ja, und dann einfach mal durchziehen und einfach mal machen. Also man merkt immer wieder, also klar, wir führen ja viele Gespräche mit vielen Menschen, aber irgendwie sagen alle erfolgreichen Menschen so relativ das Gleiche. Roter Faden. Roter Faden. Roter Faden. Muss man ganz klar so sagen. Also, aber da merken die Leute da draußen ja auch, also das ist ja trotzdem kein Hexenwerk. Jetzt kommt es, wie du gerade sagst, bei dem natürlich so richtig lockig rüber. Aber das bist du als Person, aber ich unterstreiche das auch. Also das ist ja keine Raketenwissenschaft, oder? Also natürlich musst du ein paar Skills dir aneignen. Ja, dazu gehört natürlich Fokus, das Thema Mindset und vielleicht natürlich auch eine Zielsetzung, wo du vielleicht hin willst, aber dann einfach mal machen. Könnte ja gut werden, oder? Ja, klar. Logisch. Und es gehört ja auch alles dazu. Also Vertrieb ist ja auch so das Ding, das große Ganze zu sehen. Das ist ja nicht, wir haben überall eine Quote, egal ob wir jetzt das in den Vertrieb nehmen oder sagen, wir kochen. Wir kochen nicht immer 100% geil. Ja, manchmal schmeckt es auch nicht so gut, aber trotzdem koche ich am nächsten Tag wieder. Und dasselbe ist halt auch hier so im Vertrieb das Thema. Wenn ich halt immer nur das Härchen suche, werde ich es auch immer finden. Definitiv. Und ich sage halt, ich konzentriere mich halt auf die Blumen auf der Wiese, nicht auf den Scheißhaufen. Da lebt es sich halt ein bisschen besser. Kann man eben mitreiben für so einen Motivationskalender. Ich konzentriere mich darauf. Nein, der Satz eben, ich bin dafür nicht gemacht. Nein, du hast dafür nichts gemacht. Wow. Ja, es ist ja alles eine Entwicklung. Und ich glaube, die schnellste Entwicklung oder das schnellste Ergebnis hast du halt, Beispiel. Du kannst sagen, okay, ich gebe jetzt mal dem Ganzen ein halbes Jahr. In dem halben Jahr mache ich zehn Termine. Und dann sage ich, okay, es funktioniert nicht. Du hast halt permanent Up and Down, Up and Down. Du machst einen Termin, verlernst es wieder, was du gelernt hast und fängst wieder an, die alten Sachen wiederzulernen. Und dann geht es immer hoch und runter und hoch und runter. Du kannst auf der anderen Seite aber auch sagen, hey, ich mache die zehn Termine halt in vier Tagen. So, und dann kommst du halt mal in den Flow rein und sagst, okay, cool, ey, ich habe jetzt nach vier Tagen schon mein Ergebnis und nicht erst nach einem halben Jahr vielleicht. Und das ist halt das, wo Schlagzahl halt am Anfang auch wichtig ist. Was würdest du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern und auch Zuschauern bei YouTube, die jetzt vielleicht auch im Angestelltenverhältnis sind aktuell? Warst du ja auch, war ich auch, ja, ich weiß gar nicht. Ich war tatsächlich ganz kurz angestellt, so ein halbes Jahr. Okay, am Blödspaß hier. Nein, Spaß beiseite, weil ich glaube, ich bringe immer wieder diese Zahl, Max, 80 Prozent der Menschen sind ja aktuell nicht zu 100 Prozent zufrieden mit der Tätigkeit, die sie ausüben. Finde ich eine unfassbare Zahl, betone ich immer wieder in fast jeder Folge, glaube ich. Aber was würdest du den Leuten vielleicht dort draußen mitgeben wollen, die dann sagen, ja, die sind nicht zufrieden, einfach vielleicht auch diesen Step mal zu wagen? Oder weiß ich nicht, was sagst du dazu? Ich würde lieber unperfekt mal starten und mal ein halbes Jahr eine Erfahrung sammeln. Eine Erfahrung sammeln nicht, ich mache, ich entscheide mich jetzt für was und tue dann dafür ein halbes Jahr nichts, sondern ich entscheide mich für was und mache auch mal ein halbes Jahr was dafür. Ohne zu hinterfragen, ohne irgendwas zu messen, habe ich jetzt schon Erfolg oder nichts, sondern einfach mal ein halbes Jahr eine Erfahrung machen. Bestenfalls, also wir sagen immer, mit zehn Stunden die Woche kannst du eigentlich schon mal anfangen. Nebenberuflich. Dann kannst du denk hin, Erfahrungen zusammen, nebenberuflich. Das heißt, lass deinen sicheren Hafen mal den sicheren Hafen sein, mal ein halbes Jahr eine Erfahrung. Und dann kannst du mal einen Strich ziehen und mal schauen, okay, in welche Richtung geht das mit der Aktivität, die ich jetzt nebenher hatte. Und dann kann ich mir auch zusammenreißen, wie wäre das, wenn ich jetzt vielleicht 160 Stunden Hauptjob cutten würde und das Volumen in Termine mehr setzen packe und dann weiß ich ja, wo es rauskommt, so ein Hauptstrich. Produkt wird gleich bleiben, Dienstleistung wird gleich bleiben. Selber verbessert man sich und dann ist es halt auch ein skalierbares Ding so. Starker, starker Nugget, weil da muss man ja auch wissen jetzt, branchenübergreifend, Vertrieb im Allgemeinen. Das Coole ist ja, du sagst es gerade, dass man ja nebenberuflich mal starten kann, sich ausprobieren kann. Wie ist denn das im People Business, wenn ich auf Menschen zugehe, ohne seinen Job zu kündigen? Also das finde ich phänomenal, also überragend. Absolut. Gab es bei mir noch nie. Also ich habe immer einen Hardcut gemacht, weil ich sage, okay, ich habe 24 Stunden und die will ich halt anständig füllen. Bei mir sollte es immer ein bisschen zügiger funktionieren, aber für die, die sagen, hey du, Sicherheit und so, ich kenne es noch nicht anders, mach ein halbes Jahr mal was, bleib mal ein halbes Jahr dran und schau dann erst mal, wo es hingeht. Das ist so mein Ding. Stark. Wieder entspannt, ne? So einfach, easy, einfach machen, könnte ja gut werden. Magst du es einfach locker machen? Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann das Ergebnis, also das hat nicht immer mit laut zu tun alles. Wahnsinn. Wir hatten es ganz kurz über A- und B-Partner, ne? Da hatten wir doch, möchtest du uns da in deiner Erfahrung teilhaben lassen? Finde ich für ein Recruiting-Mindset ein ganz spannendes Thema. A- und B-Partner, ja, da können wir drüber reden. Naja, man muss halt klar definieren, was ist ein A-Partner und was ist ein B-Partner. Ich mache es mittlerweile tatsächlich so, das klingt jetzt vielleicht hart, aber jeder, der in meiner Situation ist, wird es definitiv genauso machen. Ich gebe nicht mehr jedem die Aufmerksamkeit, die er jetzt, ich sage jetzt einfach mal, bräuchte, weil dann bist du bloß noch organisatorisch unterwegs. Ja, ich kann mich nicht jeden Tag um 100 Leute kümmern und sagen, hey, wie mache ich jetzt A, B, C nochmal, was ich schon 100 Mal erklärt habe. Das wäre jetzt zum Beispiel ein B-Player für mich. Ja, A-Player ist der, der sagt, okay, ich habe jetzt eine Frage, die kann ich mir selber stellen. Das heißt, ich könnte mir auch selber die Antwort finden und dann funktioniert das ganz gut. Das ist mal so, finde ich, so klar definierter Unterschied. Ich will Menschen nicht das Denken abgewöhnen. Das darf er selber machen, ja, weil dann funktioniert das selber auch ganz gut. Und gleichzeitig kann er sich selber seine Ergebnisse oder seine Antworten selber suchen. Und das macht aber auch was damit aus, wie geht der grundsätzlich so ran, weil egal, was er tut. B-Player, der immer sagt, ich habe ein Problem hier, das funktioniert nicht. Ich habe keinen Bock mehr, mich mit Leuten zu unterhalten, was als nicht funktioniert. Ja, habe ich keinen Bock. Auch das wieder, der rote Faden, das schlängelt sich so durch, auch bei dem Thema. Fand ich immer ein sehr spannendes Thema. Die Leute, ja, wir hatten es auch in den Folgen davor, Angst haben, dass Menschen wegbrechen. Wird passieren. Wird passieren. Du hast es sehr schön gesagt in der Folge, wo du sagst, wer mir 100% gibt, der kriegt auch was zurück. Wer mir 10% gibt, 50%, 60%, der kriegt auch genau das zurück. Hat was mit Aufmerksamkeit, mit Anziehung zu tun. Das wird auch mit allen anderen Bereichen im Leben so sein. Also mega cooler Ansatz, danke dir. Ja, mega. Wir haben, wollte ich das gerade sagen, wir haben wieder das gleiche Thema. Wir stoßen aufs Ende zu. Für mich bleibt nur übrig zu sagen, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, liked uns, abonniert uns, drückt die Glocke, egal, oben, unten, rechts, links, wie das diese ganzen Influencer-Pratzen so machen. Macht einfach, kommentiert und stellt Fragen, auch die. Wir kommentieren, wir markieren ihn und gerne Kommentare schreiben mit Fragen. Wir leiten es auch gerne weiter oder checkt ihn direkt mal auf Instagram. Da bist du ja aktiv, also sehr aktiv auch, muss man sagen. Und da kriegst du auch so einen kleinen Einblick und siehst auch, dass das alles keine Show ist, sondern dass es wirklich gelebte Praxis ist, was er hier erzählt. Er zieht es so knallhart entspannt durch. So knallhart entspannt durch. In dem Sinne bleibt mir wirklich erneut zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Dreier Gang. Machen wir wieder mal. Gerne, gerne. Vielen Dank euch. Dankeschön. Macht's gut. Also, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.